Die königliche Familie von Prinz Harry und Meghan Markle scheint sich zu vergrößern. Mehreren Berichten zufolge bestand Prinz Harry darauf, dass er keine Einladung zum Geburtstag von König Charles erhalten habe, würde aber eine Einladung zu Weihnachten annehmen. Allerdings sei es höchst unwahrscheinlich, dass die königliche Familie eine Einladung aussprechen werde, heißt es. In einem exklusiven Gespräch mit der Royal-Expertin des Daily Express erklärte Cara Kennedy, wie die Sus-Axes in die Monarchie passen, und die kurze Antwort lautet, das tun sie nicht. Kennedy sagt, die königliche Familie sei, in die Enge getrieben, und, das Klügste für sie ist, sich fernzuhalten. Sie unterstützt ihre Aussage und sagt, dass es Konsequenzen geben könnte und dass die Familie dies besser vermeiden sollte. Dies betrifft nicht nur Harry und Meghan, sondern auch deren Kinder, die ebenfalls königliche Titel tragen. Daily Express fragte Kennedy nach der Interaktion von König Charles mit seinen in den USA lebenden Enkelkindern und sie sagte, die königliche Familie ist offensichtlich verärgert über den Mangel an Kontakt, den sie zu den Sussex-Kindern hat, das wäre bei jedem der Fall. Sie fügt hinzu, aber was die Zukunft betrifft, ist die RF in die Enge getrieben. Das Klügste, was sie tun können, ist, sich fernzuhalten, damit sie den Sus-Axes keine Munition für böse Buchkapitel oder Dokumentationen geben. Als Harry als arbeitender König zurücktrat, kämpfte er dafür, dass seine Kinder ihre Titel Prinz und Prinzessin behalten, obwohl er, behauptete, die Institution sei bis ins Mark verrottet und psychisch schädlich, sagt Kennedy. Kennedy erklärt, was das für die Zukunft bedeutet, unabhängig von ihren Titeln ist es schwer, sich Archie und Lilibet in einer Welt vorzustellen, in der sie in das Tagesgeschäft der Firma eingebunden sind, vor der sie ihr ganzes Leben lang so geschützt waren. S.